Ich hab' gesagt, sie können dich behalten. Dreimal. Und das ist eigentlich Binden, ne? Wir haben noch zwei davon. Aber da wollten die mich sofort loswerden, oder was? Wir hätten dich eine Stunde jetzt einkassiert. Ich hab' ihnen gratis Essen angeboten, dann haben sie dich noch draufgelegt. Bis Samstag, das musst du ausbaden, das verspreche ich dir. Bei einem anderen Deal haben sie sich nicht mehr eingelassen. Dann hätten wir auch die Kartoffeln nicht bekommen, das ist das Problem. Wir haben jetzt alle. Ich hab' gesagt, ihr sollt mich nicht befreien. Aber dafür haben wir jetzt alle Kartoffeln. Und dass die 50% kriegen, hat mir auch keiner gesagt. Ist ja nicht so, dass wir noch einen dritten Sack gehabt haben, ne? Aber naja. Ach, da ist es drauf, ja. Ist eigentlich total easy hier. Hast du da unten was gesehen eigentlich? Was? Ja, in dem Keller hast du gesehen? Ja, ich hab' Infos, Infos, Infos. Genau, die können wir dann schön an die... Ja, da ist verstreite Zone irgendwie. Auf der anderen Seite war auch noch ein Eingang. Was kaschen die mich denn? Micha war doch auch mit unten. Aber ich werd wieder eingekascht oder was? Du warst Opfer. Ich hab' mich noch rechtzeitig fertilisiert, als die sich aus überlegt haben, dass sie gefangen sind. Dann bin ich einfach weitergegangen und bin stehen geblieben. Ja, die hatten mich ja auch sofort. Aber er hat seine Kabelbinder nicht genutzt, das war voll langweilig. Ja, die hat ja Jürgen auf der Hand gesucht. Ach so. Aber sie haben nur einen bemerkt. Jürgen, der Retter. Poderball? Das war ein Poderball, das könnte man förmlich sagen. Ja, guck mal, jetzt hab ich halt. Ich probiere jetzt noch mal die Kopfschmerzen hier. Haben sie dich da geballt? Nee, aber... Ach so, die macht nach. Hast du die mit dir gesagt, stimmt. Ja, aber die alle... Ja, du wirst etwas zügiger bitte sonst. Kein Bock, dass die da gleich von der Seite kommen. Gar nicht. Ist ja der Eingang da. Jungs, wenn man Waffen hat, nach vorne hier. Was ist das hier? Bitte? Die können immer noch von rechts kommen. Da ist rechts. Rechts ist meistens da, wo rechts ist. Die können kommen. Ja. Die Rechten kommen. Äh, nee, warte mal, ey. Das macht mir ein bisschen Angst. Na, einfach. Wir müssen alle auslaufen lassen, oder? Ah, langes Kürze. Warte. Wobei andersrum sicherer wäre, wahrscheinlich. Was zum Geier! Der Kartoffel hat läuft jetzt los. Auf geht's. Ja, da langes sicherer. Glaube ich. Hier können wir jetzt auch alle, ne? Ja. Gut zum Risiko. Oh. Auf geht's. Oh. Ohhhhhhhh Bleibt hier trotzdem, bleibt man hier stehen wenn ihr reingeht Oh das ist doch alle Ehm, eh Wer dann? Lässt ihn bitte unsere Leute holen Aufbewohner Aufbewohner Alle Dorfbewohner Alle Dorfbewohner Die Dorfbewohner Die Reizzwecken sind Das bleibt einfach Abgesprochen Nein, 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 nein Hier ist gar nichts abgesprochen Wir haben aufgeteilt Immerhin, immerhin kochen Die sind Banditen Lasst uns doch in Ruhe leben Wir haben einen Pakt mit denen Wir können essen Hey, mach Posten, was machst du um? Lass den Sack los einfach Hey, guck mal in die andere Richtung, du Clown Mister Indico Hey, hier ist nochmal Bleib mal Hey, wo ist hier? Was los? Geht rein, zack Ja, geht, geht rein, auf geht's Unser Sack Nix euer Sack Sonst kein Essen heute Gar kein Essen Termine Kartoffeln Dann bekommt man selber eine Diskussion Das will ich sehen Dann müsst ihr kehren Was jetzt? Schweine sind da schweine Ah 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 Runter mit der Waffe Richtig Runter mit der Waffe Runter mit der Waffe Runter mit der Waffe Alle runter mit ihren Waffen Wenn dann alle Die Waffe Ihr auch Hey, Junge Die Maske auf Wir haben alle gesagt Und da halte mich jetzt aber nicht mit dir Lappen Nicht mit dir Lappen und nicht mit dir Lappen Wenn dann Dann hab ich hier einen Ansprechpartner mit dem ich mich jetzt unterhalte Jetzt einfach rein mit den Kartoffeln Ja dann mach es bitte Ja dann rollen her Geht nicht, Junge, wird er im Weg Dann los Du bist der Ansprechpartner? Du bist der Chef? Nein Da ist der Bürgermeister Jetzt drüber werfen wir das erlaubt? Weiß es gar nicht Nicht oder? Wenn ihr was willst Hey Jungs Ohne Waffen Wie ist denn alle draußen? Ich rede ja nicht von euch Sondern von dem Kasper da Ja ich muss ihn besuchen Ich muss rein Wenn er rein will Wieso hat er jetzt einen Kartoffelsack? Immer von der Runde? Sorry Nein mein Gott Aha ihr kennt euch? Bisschen Warum haut ihr jetzt mit die Kartoffeln an? Das frage ich mich auch gerade Wer war das denn jetzt? Ich frage das euren Chef Wir haben ein Deal mit ihm Das haben die anderen auch behauptet? Ja das sind ja auch Bauern Mit denen nicht Nein wir sind die Bauern Nein das Militär sind für mich Bauern Das ist ja eine coole zu Warum hast du jetzt den Gott der Kartoffeln versteckt? Darum habt ihr uns angegriffen während der Ernte oder? Wir haben ein Militär abgenommen Wir haben euch beklaut Also wir haben alle Kartoffeln mitgenommen vom Militär Die haben keine Was soll ich machen? Das kann das verstehst du? Die waren doch schon echt dran Ich hätte ne Idee vielleicht Weil die haben uns eben schon so abgefuckt Vielleicht fällt uns was ein Aber ich schwöre ich hätte das Ding echt so verpasst Ich will gar nicht wissen wie es jetzt angefühlt hätte Aber es wäre ein Doppelschuss gewesen Der tut nicht so weh Und die ist Chance Also ich meine nur Ja ich hab Fürst Reik auf 10cm Ui Ich hab nur Roundballs drin Keine Sorge Ich hab doch schon einen Ne 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 Euer Sack ist da vorne Und das ist eigentlich unser Sack Ihr habt einen da hingetragen Wie ist das mit dir noch gerade? Hey setz hier den Druck Hol dir den Scheißack zurück So jetzt hier Abmarsch Komm runter und hol ihn selber Danke Runter dann Hey 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 der Chefaktor sagt Waffen runter und du auch Was schon Aber er auch Hey Was soll die Scheiße Hey bitte Runter doch mit Mensch Ist unten Ne ist nicht du hast den Finger am Abzug Der Lauf geht nach unten aus dem Ziel raus Und ihr habt geharzt Ansonsten ändert sich die Situation nicht ganz schnell Aber ehrlich Und deine Männer neben der Patrolle Das macht euch Spaß Das macht euch Spaß oder? Das ist schon Zuhause muss ich folgen Hier kann ich nicht mehr Spaß machen Wir haben die 3 gekauft Das war auch ein Fehler Ihr könnt Schmolke haben Mit der das wollten die nicht Schau mal Jack für die lustige Szene hier Macht grad voll Spaß Okay aber jetzt was los Die alle sind hoch Exklusiv Ach komm ich hab Bock auf den Stand Ich mach euch alle platt Komm ich hab Bock auf den Stand Dirty Fuzzi Verpiss dich hier Zeig mal durch Okay Jaas Geisel Ah man Hey 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 mach den Scheiß Ich mach ihn kalt Kann ich ihn abknallen eigentlich Dann bleiben wir hier Wo sind wir beide tot? Irgendwo hat sich ein Schussgelöse auch nicht von mir Ja ich hab dich Gerade hier Was hast du? Er hat die Pumpe mit der anderen Hand Okay dann ist er tot und ich tot Wir haben uns beide erledigt Ja Und wer hat der Kartoffelsack gerettet? Ah Stunde Weihnacht Ist das nicht geil Ja Stopp aber die Polizei war von uns gestanden Ja Tami Ja wofür? Und er hat den Ich erklärs dir gleich Wir haben gesagt wir sollen uns gestanden zu dem Haus Ja Da muss keiner was holen Da muss keiner was holen